Hallo und herzlich willkommen zu GDC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Mein Name ist Jan Heinrich Mayer, wir schreiben heute den 4.4.2022 und in dieser Folge werden wir verschiedene Themen aus der vergangenen Woche besprechen, uns aber auch mit einem Thema auseinandersetzen, das uns immer mal wieder unter den Nägeln brennt, nämlich auf Kryptowährung basierende Finanzprodukte. Dazu habe ich mir einen Gesprächspartner eingeladen, nämlich Maximilian Lautenschläger, Managing Partner und Co-Founder der Iconic Holding mit Sitz in Frankfurt, aber dazu später. Vorher würde ich sagen, starten Stefan Lübeck und ich, unser Marktexperte bei BTC Echo, in die Zahlen der vergangenen sieben Tage rein. Und da erstmal Stefan, hallo und herzlich willkommen. Wie geht's dir? Hi Jan. Ach, bis auf, dass es in Berlin jetzt aktuell wieder Schiedwetter ist und regnet, eigentlich einen ganz entspannten Wochenauftakt gehabt. Das klingt auch aber im Grunde ganz gut, das ist Einstellungssache. Wir haben in den vergangenen sieben Tagen oder in der vergangenen Woche eine Abstimmung gesehen auf EU-Ebene. Und da kurz vorweg, es ging um die Mika-Verordnung und den Bereich Transfer of Funds Regulation, also im Grunde ein Aufhänger zum Tracking von Transaktionen in unhosted Wallets. Wenn ihr in dieses Thema bisher noch nicht eingestiegen seid, lieber Hörer, dann würde ich sagen, hört am besten mal in den BTC Echo Recap Podcast mit David und Sven rein. Denn die haben am vergangenen Freitag das Thema, also wirklich intensiv auseinandergenommen. Das heißt, wir gehen jetzt in dieser Runde gar nicht so tief darauf ein. Vielleicht nur kurz zusammengefasst, es ist eine eher für den Cryptospace unangenehme Entscheidung. So kann man das vielleicht ganz gut ausdrücken, oder Stefan? Ja, klar, schön ist anders, aber man muss immer dazu wissen, dass uns die Regulierung irgendwann die Zange da mal erwischen würde, gerade wenn es um größere Summen geht und einfach mehr Leute an dem Kryptomarkt partizipieren. Wir ruft das immer Regulatoren auf den Plan, war in der Vergangenheit bei anderen Assets und am Finanzmarkt generell nicht anders. Genau, also aber um tiefer einzusteigen, wirklich am besten einmal in die Recap-Folge reinhören. Aber Stefan, wie hat denn der Markt jetzt diese vorläufige Entscheidung, auf die mit Sicherheit noch viele Iterationen folgen, werden aufgenommen? Was ist am Markt passiert? Also in der Erstreaktion kann man leider nicht genau differenzieren, weil auch der klassische Markt an dem Tag ein bisschen was abgegeben hatte im Kursen, also auch im Negativen geschlossen hat an dem Tag. Es gab in der Erstreaktion tatsächlich, ja, von im Grunde genommen dem Zeitpunkt der Entscheidung runter bis zu dem Wochentief sind wir rund 5% kurzfristig bei Bitcoin gefallen. In der Erstreaktion haben auch die Defi-Coins, die ja auch durchaus mit am härtesten dadurch getroffen werden, also sprich die Coins von Uniswap und Co. haben in der Erstreaktion tatsächlich auch einen kleinen Dip nach unten bekommen, aber der Markt hat sich eigentlich wirklich schnell berappelt. Ich sage auch immer, wir müssen ja auch da unterscheiden, weil die EU irgendwas entscheidet, entscheidet die EU. Also wir sind nun mal, auch wenn wir uns das mal gerne wünschen, wir sind nicht der Nabel der Welt, wir sind auch nicht der bevölkerungsreichste Teil der Erde. Und Kryptos werden weltweit gehandelt, insofern, ja, haben im Grunde genommen, ich denke mal auch andere Erdteile im Grunde genommen vielleicht den kurzen Dip genutzt und gesagt, Mensch, prima, ich kann nochmal nachkaufen, ich komme jetzt nochmal gut in den Markt rein. Okay, natürlich haben wir aber eine gewisse Marktmacht, sage ich mal, im Vergleich mit anderen Regionen. Der BTC steht jetzt aktuell immer noch so knapp über 46.000 Dollar, hat auf sieben Tage ein kleines bisschen verloren. Auf der anderen Seite haben wir aber auch super starke Gewinner gesehen in den letzten sieben Tagen. Also ich gucke mir jetzt gerade hier einmal die Liste an, da haben wir Steppen, ein komplett, also für mich auf jeden Fall neues Projekt mit plus 200 Prozent. FrexShare plus 75, Silica ist wieder mit dabei mit 47,5, Arvin 39,5, Waves 30,6 nach oben. Aber Stefan, vielleicht kannst du uns gerade auch bei dem Steppen, die meisten da draußen werden es vielleicht auch nicht kennen, eine grobe Einschätzung geben. Was ist das eigentlich für ein Projekt und wo kommen diese 200 Prozent her? Ja, also Steppen ist tatsächlich, wie der Name schon sagt, Step, also ein Schritt machen. Es ist im Grunde genommen ein neues Format für Play to Earn. Also bisher war es ja immer so, ihr spielt am Computer oder sitzt an eurem Handy und spielt. Und so wie bei Axies Infinity zum Beispiel und darüber generiert er dann Coins, bekommt ihr ja NFTs, wenn ihr gut seid etc. pp. Steppen geht da einen anderen Weg und sagt, ja, geht raus aus eurer Butze, geht spazieren, geht joggen, geht Fahrrad fahren, geht ins Fitnessstudio, habt euer Handy dabei und über die App mit der Freigabe wird im Grunde genommen eure Bewegung getrackt. Und für, ja, im Grunde genommen euch, die Fitness machen und aktiv sich irgendwie fortbewegen, ja, bekommt ihr im Grunde genommen als Gegenleistung dann Coins in Form von diesen Steppen Coins. Das ist so ein bisschen wie Google Fit App oder was man sonst so irgendwie an Tracking Software kennt für die Selbstoptimierung, bloß jetzt endlich mal mit Bezahlung. Also das heißt, der Lohn ist nicht, dass ich am Ende irgendwie fit bin, mich besser fühle oder sowas, sondern dass ich den GMT Token bekomme, der eben um 200 Prozent gestiegen ist. GMT steht für Green Metaverse Token, das heißt also, es ist ein Metaverse Projekt. Ja, man muss dazu auch sagen, wie du schon sagst, ist natürlich beides, ne, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, habe ich einmal den, sozusagen das physikalische Resultat, dass mein Körper, dass ich mich ein Stück weit fitter fühle und ich habe gleichsam irgendwie noch ein bisschen was verdient, also, ne, zwei Grunde, zwei Grunde, gute Sachen gleichzeitig, finde ich. The best of both worlds quasi. Richtig, allerdings muss ich zu Steppen noch sagen, du sagst jetzt 202 Prozent, das ist auch alles richtig. Wir hatten ihn natürlich in den Vorwochen nicht im Blick, weil der A noch nicht unter den Top 100 war und der hat tatsächlich, dieser Coin, ich war da selber auch ein Stück weit investiert und bin selber, so kommt das dann mal, bin auch viel zu früh raus, weil ich ihn tatsächlich getradet habe und nicht im Grunde genommen gehodelt habe. Und wenn man Glück hat, man hodelt den richtigen Coin, dann kann der Hodler natürlich den Trader auch outperformen. Man muss dazu wissen, der Coin stand bei, am Freitag, den 11. März, also vor, was sind das, 20, gut 20 Tagen, also gute drei Wochen. Da stand der bei 11 Cent und wir standen im Hoch bei fast 3, also bei 2,70 Dollar. Da siehst du schon die Bewegung, also der Coin hat ja, was ist das, der hat sich ungefähr verdreißigfacht in den letzten dreieinhalb Wochen. Okay, ja, da sind dann die plus 200 Prozent einigermaßen überschaubar. Okay, aber schauen wir weiter. Silica, 47,5 Prozent nach oben, da hatten wir, ich glaube in der vergangenen Woche ist es gewesen, auch schon drüber gesprochen. Das sind, denke ich, die Schritte in Richtung Metaverse gewesen. Aave Waves, Synethetics Network, hast du da noch weitere Informationen oder Einschätzungen? Nee, also bei Aave ist es tatsächlich ein Protokoll-Update, dass die unglaublich viele Sachen neu eingeführt haben. Das wird honoriert und Aave ist ja sowieso, wenn man unter dem Total Value lockt, war Aave ja immer über die Zeit, auch im letzten Jahr, als Defi eigentlich nicht gut lief, war Aave immer einer der Coins, wo im Verhältnis noch viel hinterlegt wurde. Und Waves, ja, im Grunde genommen auch das Update auf Waves 2.0, da hatten wir ja schon genauer drüber gesprochen. Da geht es halt schlicht und einfach weiter. Also die Anleger sagen, okay, ist das schon das Ende der Fahnenstange? Waves steht mittlerweile auch auf Platz 40. Also man sieht, da passiert viel und wir hatten ja auch dezidiert so ein bisschen aufgedröselt, was Waves alles plant. Und das scheint irgendwie die Anleger aktuell zu begeistern und sie sehen, sagen vielleicht einfach, ist Platz 40 wirklich schon das Maximum? Oder ist das, was Waves jetzt zukünftig plant und aufbauen will, jetzt gerade in diesem Jahr, ja, bedeutet das nicht vielleicht sogar, dass Waves ein potenzieller Kandidat irgendwann mal sein könnte, unter den Top 20 zu landen? Also läuft ungebändigt quasi weiter nach oben. Ich bin gespannt, wann die Welle bricht. Synthetix Network Token hatten wir in der Vergangenheit auch immer mal dabei. Also schon auch ein recht volatiles Projekt, das mit Sicherheit für Trader recht interessant ist, oder? Richtig. Also ich halte für den, deswegen hatte ich dir den ja privat auch mal empfohlen, wo er natürlich dann ins Wasser gefallen, weil es dann alles ein Stück weit runterging. Aber ich bin mittellangfristig von dem Ding nach wie vor überzeugt, schlicht und einfach, weil viele Defi-Projekte oder Defi-Projekte setzen auf den SNX-Token. Und ich fand den immer wirklich deutlich unterbewertet und jetzt ein Stück weit langsam, ich meine, er war auch wirklich dann deutlich aus den Top 100 rausgefallen, fand ich unbegründet. Und ein Stück weit ist jetzt im Grunde genommen in dieser Defi-Welle, die wir die letzten Wochen gesehen hatten, wir hatten ja vor ungefähr einem Monat darüber gesprochen, habe ich gesagt, wenn ich 2022 irgendwie einen Sektor sehe, der outperformen könnte und ein bisschen sein, ja, sein 2021er Underperformance ablegen könnte, wird es Defi sein. Und das hat halt diese ganze Russland-Geschichte natürlich nochmal alles beschleunigt und wir sehen jetzt eigentlich auch, weil du sagst, dann SNX und wenn wir nur ein bisschen weiter runter gucken in der Liste, haben wir, ja, Convex Finance, Pancake Swap. Also wir haben im Grunde genommen ganz viele Defi-Projekte, die aktuell auch diese Woche mit die größten Performer waren. Das heißt nämlich genau, dass das, was jetzt in den Reihen des EU-Parlaments vor dem Hintergrund der Mika-Verordnung besprochen oder abgestimmt wurde, tatsächlich noch gar nicht so durchgeschlagen hat auf dem Markt. Vielleicht hier noch der kleine Hinweis, auch wenn Stefan gerade von der kleinen Beratung gesprochen hat, die er mir gegeben hat. Wir machen hier natürlich keine Anlageberatung, sondern schauen uns einfach an, was da draußen auf dem Markt passiert und geben euch diese Informationen weiter. Einordnen müsst ihr sie dann am Ende selbst und natürlich schön eigenen Research betreiben. Aber damit haben wir, glaube ich, die Top-Seite ganz gut abgearbeitet, Stefan. Wie sieht es denn am anderen Ende der Top 100 nach Performance aus? Zcash minus 18,3, ApeCoin minus 16,1 Prozent. Gibt es da spezielle Gründe, dass gerade diese beiden Projekte so auf die in Anführungszeichen Mütze bekommen haben? Denn das sind jetzt schon mit Abstand die, die am schlechtesten performt haben. Ja, also Zcash ist für mich, ja, der lief eigentlich im Zuge mit Monero und Dash ja teilweise dann auch. Das sind im Grunde genommen die Anonymiti-Coins. Und Zcash wurde, meiner Meinung nach, nachweisen kann man es immer nicht genau, aber die hat einfach so ein neues, ja, eine zweite Luft bekommen im Zuge, dass, ja, die ganzen Embargos und die ganzen Sanktionen gegen Russland und vor allen Dingen einzelne Einzelpersonen aus Russland irgendwie aktiviert wurden. Und dort tatsächlich, meiner Meinung nach, Zcash und Monero benutzt wurde, größeres Bargelds, um mehr oder weniger anonym von A nach B zu verschieben, um so im Grunde genommen diese Sanktionen, damit die Sanktionen, denen nicht haperf werden können. So, da erklärt sich es dann völlig, wenn natürlich Zcash benutzt wurde, um Sachen zu transferieren und das jetzt aktuell so ein bisschen abeppt oder gegebenenfalls Leute Zcash benutzt haben, um ihr Geld irgendwie in Häkchen außer Landes zu schaffen, nenne ich das jetzt einfach mal, in sichere Hafenhäfen zu schaffen, dass dann natürlich, dass dann irgendwann in US-Dollar oder Bitcoin selbst zurücktransferiert wird. Und das sind dann im Grunde genommen die Gewinnmitnahmen bei Zcash, die man aktuell sieht. Okay, ja, verstehe. Das ist durchaus plausibel. Apecoin hatten wir in der vergangenen Woche, glaube ich, unter den Top-Performern. Und jetzt ist es genau auf der Care-Seite, da vielleicht nochmal so als kleiner Reminder, Apecoin wird gehandelt als der Utility-Token vom Metaverse des Bored Ape Yacht Club. Was ist da passiert? Ist es einfach der Airdrop, der da jetzt gekommen ist, der abverkauft wird? Oder gibt es da weitere Gründe, dass wir da so einen Einbruch sehen? Das ist mit Sicherheit, ich sage mal, einer der Gründe. Also wenn ich immer Coins, wo ich noch gar nicht weiß, im Endeffekt wird dieses Metaverse laufen und ich habe die Möglichkeit, weil ich so einen Affen habe und mir werden Coins geschenkt und ich sehe, Mensch, das lohnt sich ja aktuell, der ist ja gut gelaufen. Ich glaube, der ist hoch, war irgendwo bei 19 Dollar oder so. Dann nehme ich mal was mit. Das ist mit Sicherheit ein Grund. Der andere Grund ist aber tatsächlich so ein bisschen vermutlich bei den meisten Leuten untergegangen. Apecoin, also die Bored Ape Yacht Club Jungs, die haben, ja, im Grunde genommen, deren Community bewegt sich auf einem Discord-Server und dieser Discord-Server wurde vor wenigen Tagen gehackt. Also da gab es eine Sicherheitslücke in einem Bot, der, sagen wir mal, prinzipiell von Discord freigegeben war. Ich glaube, das war ein Preis-Bot, wo man im Grunde genommen Preisabfragen für Coins tätigen konnte und eine Hackergruppe hat sich scheinbar das zu eigen gemacht, dort eine Sicherheitslücke entdeckt und dann im Grunde genommen den Bored Ape Yacht Club Discord-Server ins Visier genommen. Und ich glaube, dass dort auch durchaus erfolgreich in Hicking gehackt wurde, dass ja dem einen oder anderen Mitglied dieses Discord-Servers da vermeintlich günstige Mint-Möglichkeiten für einen neuen Bored Ape, für einen seltenen Affen sozusagen untergejubelt wurde. Und wie das immer so ist, wenn man das genug Leuten schickt, ein paar Leute fallen drauf, weil einfach die Gier dann sich durchsetzt und im Endeffekt, ja, das ist einfach einen negativen Touch für das Vorzeigeprojekt rund um NFTs und auch womögliches Vorzeigeprojekt zukünftig im Bereich Metaverse. Und wenn die sich, ja, deren Discord-Community gehackt wird, das kam generell im Kryptospace überhaupt nicht gut an, was ich so gelesen habe. Okay, vielleicht ganz kurz fürs Verständnis für einige da draußen. Also viele kennen Discord ganz bestimmt. Discord ist ein Server, auf dem man chatten kann, sich austauschen kann mit anderen Menschen aus einer Community. Das kann sein im Gaming-Bereich, da hat Discord eigentlich seine Wurzeln, aber wird auch wahnsinnig viel eben für Krypto-Projekte verwendet. Ich glaube, es gibt kein Krypto-Projekt, das nicht irgendwo einen Discord-Server hat. Also das ist im Prinzip sowas wie Slack, bloß ein bisschen anders. Und gratis vor allen Dingen. Und gratis, gibt glaube ich auch Premium-Versionen. Genau, aber man kann es einfach erweitern und ausbauen. Und dieser Price-Bot, von dem du gesprochen hast, der dient im Endeffekt eigentlich nur einer Abfrage, um Informationen zu bekommen. Also für alle zur Beruhigung, da wurde jetzt nicht das ApeCoin-Projekt oder das NFT-Projekt gehackt, sondern eben der Community-Server, auf dem gechattet wurde. Okay, aber trotzdem natürlich irgendwie kein cooles Zeichen. Es hat einfach einen negativen Touch. Total, total, bin ich bei dir. Stefan, wie sieht es denn aber jetzt so für die nächsten sieben Tage aus? Wie ist deine Einschätzung, mal losgelöst sozusagen von dem regnerischen Wetter in Berlin, wird in diesen kommenden sieben Tagen am Kryptomarkt die Sonne scheinen? Ja, was haben wir eigentlich gesehen? Ganz kurz. Wir sind hochgelaufen, hat ja jeder gesehen, diese 48.200 Pi mal Daumen. Das war auch genau die gleitende Durchschnittslinie der letzten 200 Tage. Das hat herangeknallt, erstmal abgeprallt. Viele entscheiden das, aber wir haben zwar in der Folge auch gerade mit dieser negativen Mika-Entscheidung erstmal so einen kleinen Dip gesehen, dass dann Leute dachten, oh Gott, bricht jetzt alles ein wegen dieser Entscheidung mitnichten. Was wir eigentlich gesehen haben mit dem Rückfall in dem Bereich 44.500 Pi mal Daumen oder 44.200 war eigentlich nur, dass wir eine Kurslücke geschlossen haben, die entstanden war sozusagen im Vergleich zu den Future-Börsen, der CME-Future-Börse für Bitcoin, die er am Wochenende bekanntlich immer zu hat. Und da hatten wir über das Wochenende genau diese starke Preisbewegung nach oben hoch, über die 48.000. Und nicht selten passiert, das ist eigentlich ein, ja, ich will nicht sagen ein Ritual, aber nicht selten ist es so, dass wenn wir eine größere Kurslücke reißen, wir aber oben auf der Oberkante an einen starken Widerstand abgeprallt sind, dann neigen die Investoren, auch gerade die größeren Investoren aus Amerika, dann zu sagen, wir wollen die Kurslücke erstmal schließen. Genau das haben sie getan. Wir haben zwar leicht unterschossen, aber wir sind, glaube ich, 300 Dollar unter das Tief der Kurslücke, also da, wo im Grunde genommen die Kurslücke dann komplett zu war, einmal runtergefallen, haben dann aber auch eine dynamische Bewegung in den Norden wieder gesehen. Und auf die Frage, wie ich es die nächsten Wochen jetzt erstmal einschätze, die nächste Zeit, wir haben tatsächlich, viele Leute gucken ja oftmals dann nur in den Tageschart oder die kürzeren Zeiteinheiten. Ich sage immer, man sollte auch mal das grobe Ganze angucken. Und das grobe Ganze, in diesem Fall einfach mal den Wochenchart aufgemacht, haben wir jetzt ein relativ seltenes Signal bekommen. Wir haben nämlich ein neues Kaufsignal im MACD-Indikator, so genannt, das ist eigentlich so der Standard-App-Repertoire an Indikatoren, das, glaube ich, jeder von euch kennt, den man auch bei Binance sich anklicken kann gerade. Und der besagt, dass wir dort ein frisches Kaufsignal bekommen haben. Und dieses Kaufsignal tritt wirklich, weil es auch der Wochenchart ist, nicht häufig auf. Das letzte davor war im August 2021. Das letzte davor, da muss ich dann schon zurückgehen in den, wo sind wir da, Oktober 20. Also wir sehen im Grunde genommen, das tritt wirklich in Häkchen, ja, vielleicht einmal pro Jahr oder alle halbe Jahr mal auf maximal. Und so ein frisches Kaufsignal in einer hohen Zeiteinheit wie dem Wochenchart ist definitiv immer ein bullisches Signal. Und solange es nicht negiert wird, indem wir da im Grunde genommen ein Re-Crossing auf ein Short-Signal bekommen haben, ist das perspektivisch gesehen auch jetzt für die nächsten Wochen eindeutig bullisch zu werden. Okay, ja, das sind doch ganz gute Aussichten. Den investmentbezogenen Disclaimer habe ich schon gemacht. Und ja, Stefan, ich würde sagen, erstmal vielen lieben Dank für deine Markteinschätzung. Gerne doch. Und wir sprechen uns definitiv dann wieder kommende Woche. Gut, ihr Lieben zu Hause, wir machen jetzt weiter und zwar ein kleines bisschen anders, als wir es sonst machen. Und das hängt damit zusammen, dass der Tagesverlauf heute ein kleines bisschen verwürfelt war. Das bereits angekündigte Gespräch mit Maximilian Lautenschläger wurde nämlich bereits am Vormittag aufgenommen, während das Gespräch, das ich jetzt gerade mit Stefan geführt habe, heute Nachmittag stattgefunden hat. Noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Es ist der 4.4.2022 und das bedeutet, dass seit drei Tagen das neue BTC Echo Magazin erhältlich ist. Darin geht es dieses Mal vor allem um den Krimi eigentlich, Bitcoin-Verbot auf EU-Ebene, also das Thema, das uns viel umtrieben hat. Da sind super interessante Statements auch von Politikern mit drin. Dann haben wir als Coin des Monats Kosmos mit dabei und viele weitere definitiv lesenswerte Themen. Ihr findet das Magazin unter btc-echo.de slash shop und mit dem Code INVEST bekommt ihr sogar noch 25% auf Einzelausgaben, Rabatte und so weiter und so fort. Aber jetzt erstmal weiter zum Thema dieser Folge oder zum ergänzenden Thema dieser Folge, nämlich meinem Gespräch mit Maximilian. Hallo Max, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie geht es dir heute? Mir geht es wundervoll. Vielen Dank der Nachfrage. Die Crypto-Assets-Konferenz in Frankfurt steht kurz bevor und insofern habe ich eine aufregende Woche vor mir. Stark. Ja, die Kollegen von BTC Echo sind natürlich auch auf der Veranstaltung der Crypto-Asset-Konferenz. Also wer gerade im Raum Frankfurt unterwegs ist, am besten nochmal vorbeischauen. Wobei ich glaube, dass das Ticket-Kontingent einigermaßen limitiert ist. Aber lass uns direkt reinspringen, Max. Du arbeitest bei Iconic Funds und ihr legt auf Kryptowerten basierende Finanzprodukte auf. Also ETNs, ETPs und so weiter und so fort. Was für Produkte sind das genau? Was können die und wozu brauchen wir sie überhaupt? Das ist eine sehr gute Frage, weil im Grunde machen wir genau das wieder rückgängig, was ja der Krypto-Bereich eigentlich von selbst erreichen soll. Also im Grunde, was wir mit der Tokenisierung von Assets im Allgemeinen versuchen, ist ja, dass das traditionelle Finanzsystem, so wie es heute Bestand hat, verändert wird. Dass wir also nicht mehr die klassische Verbriefung von Wertpapieren haben, die dann über Depotbanken und so weiter verwahrt werden und etc. gehandelt werden. Sondern allgemein wollen wir jegliche Form von Anlageklassen eigentlich tokenisieren. Also Immobilien, Kunstwerke, Oldtimer und solche Assetklassen eben zugänglich machen. Aber sorry, das war nur ein kleiner Ausflug. Was wir machen, wir kaufen Kryptowährungen hintendran. Also beispielsweise bei einem Bitcoin-ETP kaufen wir Bitcoin hintendran und geben dem Anleger aber die Möglichkeit, über ein traditionelles Finanzinstrument eben in diesem Bereich partizipieren zu können. Das machen wir im Moment mit Bitcoin, mit Ether. Wir haben jetzt ein EOS-ETP auf den Markt geschmissen und wir haben natürlich noch deutlich mehr in der Pipeline. Also beispielsweise Metaverse-Basket oder ein DeFi-Basket oder ein reiner Staking-Basket. Weil wir eben auch glauben, dass solche Themen wie DeFi, Metaverse, also themenbezogene Investments im Kryptobereich sehr spannend sind. Und wenn ich die Staking-Rewards anschaue, gerade bei der aktuellen Inflation, dann glaube ich, ist es auch etwas, was sehr gut in jedes Portfolio passt. Absolut, da würde ich dir recht geben. Aber warum soll man jetzt in ein ETN oder vielleicht auch mal Richtung Index-Produkt gedacht investieren und nicht direkt in die Projekte selbst? Also der Weg ist ja viel kürzer. Ich habe dann die Coins, kann sie bei mir im Hardware-Wallet oder wo auch immer direkt selbst verwahren. Also was ist da der Vorteil? Ja, also Jan, wenn du es machst, dann gebe ich dir völlig recht. Ich bitte dich inständig darum, dass du deine Crypto-Coins selber kaufst und direkt hältst. Also es ist so, es gibt auch eine Studie von 2020, die auch besagt, dass sich über 60% der Investoren wünschen sich Crypto-Exposure eben über einen Crypto-Asset-Manager. Und das hat mehrere Gründe. A, man bewegt sich absolut im regulierten Umfeld und es ist eine Infrastruktur, die jedem Investor vertraut ist. Ich bin in meinem Broker drin und neben meinem ETF beispielsweise auf dem S&P 500 habe ich halt eben auch einen ETN, der zum Beispiel die Top 10 Kryptowerte abdeckt. Und so passt es einfach super in mein Depot. Die steuerliche Situation ist glasklar unveränderbar und ich glaube, die Leute kennen es einfach und deswegen wollen sie es auch. Und dann ist da auch noch der Sicherheitsgedanke. Also wenn ich überlege, was wir hier an Sicherheitsmechanismen bei Iconic installiert haben, um diese Assets safe auf der Börse in Verwahrung zu haben, das ist etwas, das könnte ein Retail-Investor gar nicht. Ein Retail-Investor hat gar nicht die Möglichkeit, sich so sehr zu schützen, wie wir es mit Iconic eben können. Okay, verstanden. Du hast gerade schon eigentlich die Verfügbarkeit angesprochen. Das heißt, es geht eigentlich bei diesen auf Krypto basierenden Finanzprodukten darum, dass man sie im gewohnten Umfeld, sage ich mal, einkaufen kann und sich jetzt keinen Account machen muss bei Coinbase oder Kraken oder irgendeiner anderen Exchange, die man vielleicht sonst jetzt noch nicht so nutzt, sondern über den, weiß ich nicht, Comdirect Broker oder irgendwie sowas in der Richtung geht. Ein sehr beliebtes Produkt auf Krypto basierend, um das es ja auch immer wieder in unserer Berichterstattung geht, sind die ETFs und da ganz klar Spot-ETFs. Und in den USA wurden die jetzt in der Vergangenheit eigentlich immer wieder durch die SEC abgelehnt. Grayscale ist jetzt sogar so weit gegangen, dass sie gesagt haben, gut, wir verklagen diese Regulierungsbehörde. Was denkst du, woran liegt es, dass die SEC sich da so querstellt, wenn doch eigentlich irgendwie mit Blick auf Sicherheit und Regulierung dort vielleicht ein besseres Umfeld für die Anleger geschaffen wurde oder geschaffen werden soll, so besser ausgedrückt? Also mit der Aussage würde ich so nicht mitgehen. Also jetzt über die letzten Jahre gesehen war die SEC immer der konservativere Regulierer als beispielsweise die BaFin. Ich meine, wir haben gesehen, dass wir vor über zwei Jahren haben wir die Kryptoverwahrstellen-Lizenz in Deutschland als erstes großes Land umgesetzt. Wir haben, glaube ich, mittlerweile auch seit eineinhalb Jahren, haben wir Krypto-Assets im KWG verankert. Ich glaube, regulatorisch sind wir deutlich progressiver unterwegs als die USA. Ein Riesenunterschied, den es natürlich gibt, ich möchte jetzt nicht zu finanzwissenschaftlich werden, aber es gibt einen Unterschied. Ich habe ja vorhin ETPs angesprochen oder du auch im Intro. ETPs unterteilen sich hierzulande, also jetzt bei Finanzinstrumenten, in ETNs, ETCs und ETFs. ETCs können wir mal außen vor lassen, weil die sind nur für Commodities, also nur für Rohstoffe. Also sprich auch Gold und so weiter und so fort. Ja, genau. Also dafür sind ETCs eben Exchange Traded Commodities. Aber in Deutschland haben wir einen Unterschied oder in Europa zwischen ETNs und ETFs. ETFs sind Equity-Instrumente, ETNs sind Schuldinstrumente. So etwas wie ETNs kennen sie in den USA gar nicht. Und dadurch haben wir hier den Vorteil, wenn man hier zum Beispiel einen Krypto-ETN kauft, da ist der 1 zu 1 eben mit wirklichem Bitcoin hintendran gebackt. In den USA, das hast du ja schon richtig jetzt bei der Frage gesagt, ist es so, man ist am Future-Markt, das heißt, da sind nur Futures auf dem Bitcoin hintendran gelegt. Aber, und jetzt muss man fair sein, in Europa gibt es auch noch keine Krypto-ETFs. Bei uns hat es einfach mit der Usage-Regulierung zu tun, mit den Diversifikationsspezifikationen, die man dort hat. Und deswegen glaube ich, mein letzter Stand, ich bin da auch kein Experte oder habe keine Insights bei der SEC, aber mein letzter Stand war einfach, dass sie sich ein bisschen Sorgen machen, wenn man eben direkt Krypto unten drunter legt, wie das denn läuft mit der Private Key-Verwahrung und dem Wallet. Weil im Grunde ein ETF ist ein Equity-Instrument, das heißt, der Anleger hat eigentlich jederzeit das Recht, durch sein Private Key direkt aufs Underline Zugriff haben zu dürfen. Auf der anderen Seite muss ja der Verwahrer oder der Herausgeber des Finanzinstruments sicherstellen, dass dieser Private Key auf gar keinen Fall geshared wird, weil sonst macht es das Ganze natürlich sehr hackbar. Ich denke, dass das einfach so eine technologische Schwierigkeit ist, wobei man mittlerweile auch sieht, also zum Beispiel, wenn ich mal KOPPA anschaue, also den Custody Provider aus England, der hat da zum Beispiel super Lösungen. Also ich glaube, technologisch könnte man es mittlerweile umsetzen. Ich denke, dass man einfach regulatorisch noch den einen oder anderen bedenkenswerten Punkt hat. Okay, alles klar. Ja, verstehe. Das war auf jeden Fall schon mal ganz gut erhellend. Und wir haben natürlich eine voranschreitende Regulierung. Also sei es jetzt in den USA, wo ja gerade aus den Reihen von beiden immer mal wieder Vorstöße gewagt werden, aber auch jetzt hier in Europa und ganz konkret auch in den vergangenen Wochen. Denn dort soll die Mika-Verordnung eigentlich salonfähig gemacht werden, noch in diesem Jahr umgesetzt werden. Und so streitbar da jetzt diese Inhalte hinsichtlich Konsensalgorithmen oder auch wie jetzt gerade in der vergangenen Woche unhosted Wallets sind, so macht das den Gesamtmarkt, glaube ich, schon noch mal ein bisschen reifer. Also ganz losgelöst davon, wie jetzt die Ergebnisse oder die tatsächliche Mika-Verordnung am Ende sein wird. Was denkst du, wie sich diese neuen Rahmenbedingungen auf das Anlegerverhalten von nicht den Privaten unbedingt, sondern eher den Institutionellen auswirken werden? Also ich glaube im Allgemeinen, dass Regulierung für einen Bereich gut ist. Ich meine, wenn man jetzt mal von dem Grundgedanken Satoshis weggeht, es wurde ja ganz klar ursprünglich mal als Gegenentwurf zu dem gemacht, was die traditionelle Finanzwelt aufgebaut hat. Und insofern ist es schon ironisch, dass ich hier aus dem Kryptobereich komme, sitze und sage, dass Regulierung gut ist. Aber es stimmt nun mal. Weil im Endeffekt, wenn man möchte, dass es mittlerweile 80 bis 85 Prozent der High-Net-Worth-Individuals und Family-Offices in Europa haben starkes Interesse an dieser Asset-Klasse Krypto. Und je regulierter das wird, desto eher können die natürlich da rein investieren. Und hier spreche ich nur von den Semi-Institutionellen, also von Family-Offices und High-Net-Worth-Individuals. Die dürfen ja wirklich auch noch in deutlich mehr Sachen rein von ihren Strukturen her. Aber wenn ich jetzt mal mir vorstelle, dass Versorgungswerte, Pensionsfonds oder eben Versicherer in Krypto investieren wollen, dann brauchen die ein 100% glasklar reguliertes Umfeld. Und deswegen glaube ich, dass Regulierung dem ganzen Bereich extrem gut tut. Ich bin sehr froh, dass das Proof-of-Work-Verbot nicht gekommen ist, dass wir da dagegen votiert haben. Da bin ich sehr glücklich drüber. Aber ich muss sagen, jetzt dieser Verbot oder das de facto Verbot von Unhosted Wallets ist was, das geht mir persönlich zu weit, weil da bremst man meiner Meinung nach ganz klar Innovation. Und ich finde, die Regulierung schreitet damit nicht im positiven Sinne voran. Ich bin für eine Krypto-Verwahrstellen-Lizenz. Ich bin dafür, dass Krypto-Assets hundertprozentig in der Mika verankert sind und somit auf europäischer Ebene auch Geldwäsche-technisch hundertprozentig im regulierten Bereich sind. Aber das Quasi-Verbot von Unhosted Wallets geht mir persönlich zu weit und das kann ich auch nicht mehr als positiv sehen. Ich weiß auch gar nicht genau, wie man das umsetzen soll. Also ein Unhosted Wallet würde ja auch bedeuten, nach meinem Verständnis jedenfalls, dass ein Paper Wallet komplett illegalisiert werden würde. Also ich muss gestehen, ich habe das da noch nicht ganz durchdrungen, aber ich habe schon auch den Eindruck gewonnen, dass da eventuell Leute in der Diskussion sitzen oder an der Diskussion maßgeblich beteiligt sind, die sich vielleicht mit den technischen Grundlagen gar nicht so intensiv auseinandergesetzt haben oder natürlich auf der anderen Seite, dass tatsächlich eine Absicht dahinter liegt, die hauptsächlich darauf abzielt, Krypto irgendwie zu verdrängen oder zu illegalisieren. Also ich würde das noch nicht mal den Menschen unbedingt unterstellen, weil ich finde, dazu haben wir zu viel Positives über die letzten Jahre gesehen, auch von Regulierungsseite. Und gerade von der BaFin haben wir wirklich sehr positive Sachen gesehen. Ich glaube, es ist wirklich das Verständnis der einzelnen Leute, die votiert haben, die das gar nicht verstehen. Weil, wenn ich jetzt mal den Bargeldbereich nehme, ja, es wäre ja so, wie wenn ich dir, Jan, jetzt irgendwie 1000 Euro auf der Straße geben würde und dir dafür aber meinen Personalausweis zeigen muss, ja. Also es ist völlig meiner Meinung nach fernab der Realität und der DeFi-Bereich lebt ja davon, dass ich eben mit diesen freien Wallets und mit Privatsphäre miteinander interagiere. Und vor allem, es gibt ja immer dieses eine Gate, wo Kryptos zu Fiat-Geld werden oder Fiat zu Krypto-Geld. Das sind die Krypto-Börsen. Und dass da jegliche Geldwäsche-Richtlinie zu 100% umgesetzt wird, Haken dran. Aber was mit unhosted Wallets jetzt auf einer DeFi-Chain irgendwo passiert, finde ich, sollte, bis es eben zu Fiat-Geld wird, keine Rolle spielen. Da bin ich inhaltlich ganz bei dir. Okay. Max, eine letzte Frage habe ich noch an dich. Und zwar haben wir in der Vergangenheit durch Unternehmen wie Tesla und MicroStrategy, da gab es ja immer riesige Schlagzeilen, wenn da investiert wurde und Elon Musk hat da natürlich auf Twitter auch kokettiert, aber auch durch BlackRock, KPMG und ARK Invest, deren Spot-ETF übrigens auch gerade abgelehnt wurde, immer verstärktes Interesse so am Kryptospace gesehen. Jetzt neu auf den Plan getreten ist Terra Luna, also ja eigentlich auch eher ein Krypto-Projekt, die Stablecoin-Plattform. Die haben angekündigt, dass sie noch in diesem Jahr Bitcoin im Wert von, oder Gegenwert von 10 Milliarden US-Dollar kaufen wollen oder akkumulieren wollen. Das sind übrigens so ungefähr 300 Prozent, also auf die Tage runtergerechnet 300 Prozent des neuen Supplies, das also dazu kommt mit auf den Markt. Da könnte man jetzt erst mal von einem Nachfrageüberhang sprechen, aber auf der anderen Seite wollen natürlich Leute auch immer ein bisschen was verkaufen. Summa summarum, also long story short, Was glaubst du, wie wird sich dieses gesteigerte institutionelle Interesse, gerade auch im Zusammenspiel mit den Regulierungsbestrebungen auf den Kryptospace auswirken? Also diese hochgehaltene 100.000 bei Bitcoin, ich denke, dass sie ohnehin irgendwann fallen wird. Irgendwann wird es soweit sein, aber wir haben ja nur eine begrenzte Anzahl an Bitcoin. Jetzt gerade wurde der 19-Millionste Bitcoin gefunden oder geschürft. Was glaubst du, was erwartet uns da in Zukunft? Also ich möchte es an der Stelle nicht zu komplex machen, aber ich würde kurz mal auch auf den Stock-to-Flow-Ratio eingehen, wenn das fein für dich ist. Gerne, klar. Also im Endeffekt ist es so, es gibt ein Modell, das nennt sich Stock-to-Flow-Ratio, das wurde in den letzten Jahrzehnten vor allem auf den Goldpreis angewandt und das besagt Folgendes, also ich spiele es mal mit fiktiven Zahlen. Wenn ich eine Tonne Gold jedes Jahr unter der Erde finde und es befinden sich 100 Tonnen Gold im Umlauf weltweit, dann wäre mein Stock-to-Flow-Ratio 100. Nächstes Jahr finde ich höchstwahrscheinlich ein bisschen weniger Gold in der Erde, sagen wir mal 800 Kilo, aber es befinden sich nächstes Jahr ja 101 Tonnen im Umlauf. Das heißt, mein Stock-to-Flow-Ratio ist auf einmal nicht mehr 100, sondern sagen wir mal 107. Also der prozentuale Anteil von dem, was neu dazukommt, der wird halt immer geringer. Genau, wird geringer und der Stock-to-Flow-Ratio wird damit höher. Bei Gold haben wir halt gesehen, dass es sich relativ solide darum bewegt hat. Also im langfristigen Chart sehen wir, dass sich der Goldpreis halt um den Stock-to-Flow-Ratio entwickelt hat. Das Spannende ist, jetzt haben wir vor ein paar Jahren beim Bitcoin-Preis, wir wissen ja 100%, es kamen immer 50 Bitcoin pro Block dazu, also für den Zuhörer alle 10 Minuten ungefähr. Dann irgendwann waren es 25, dann waren es 12,5, aktuell sind es 6,25, dann werden es als nächstes 3,125. Danach lassen meine Kopfrechenskills leider keine Zahl mehr zu. Auf jeden Fall unter 2, ja. Ja, sehr gut, da gehe ich mit. Und jetzt ist das Superspannende, wir wissen genau, wie viel Bitcoin sich immer im Umlauf befinden. Wir wissen genau, wie viele neu geschürft werden. Das heißt, wir können den Stock-to-Flow-Ratio bei Bitcoin 100% berechnen. Und das Faszinierende ist, dass seit 2012 der reelle Bitcoin-Preis auch ziemlich solide sich am Stock-to-Flow-Ratio orientiert. Warum ich soweit aus... Ja, ich wollte gerade kurz... Aber mach mal erst mal deinen Punkt. Ich wollte gerade auf Plan B zu sprechen kommen, aber entschuldige dir unterbrechen. Ja, gerne gleich, gerne gleich. Aber warum ich soweit aushole, ist, wenn wir jetzt sehen, dass Terra 300% des täglich neu geschürften Bitcoins kaufen will dieses Jahr, dass der israelische Pensionsfonds in Krypto geht, dass mittlerweile, kann jeder nachschauen, auf Bitcoin-Treasuries.net, dass mittlerweile, glaube ich, 30 börsennotierte Firmen in Krypto investiert sind, dass immer mehr große Asset-Manager es ihren Kunden anbieten wollen, dann sehen wir einfach, dass die Nachfrage wahrscheinlich deutlich höher ist als das, was täglich in Umlauf kommt. Und das hat, glaube ich, extreme Auswirkungen auch auf den Stock-to-Flow-Ratio, wenn die Nachfrageseite so extrem steigt. Weil es kann ja niemand hingehen und sagen, okay, ab heute werden irgendwie pro Block 250 Bitcoins geschürft. Das geht nicht. Der Code ist da und der Code, ja, ist die Wahrheit sozusagen. Code is law, genau. Aber das auf Bitcoin bezogene Stock-to-Flow-Modell von Plan B wurde ja zwischendurch schon auch als gescheitert erklärt. Denn laut dem hätten wir im vergangenen Jahr die 100.000 sehen müssen. Dann gibt es natürlich die Gegenseite, die sagt, gerade durch die institutionellen Investoren und dadurch, dass die eine andere Investment-Taktik verfolgen als jetzt der Privatanleger, kann dieses Modell gar nicht mehr so funktionieren, wie es in der Vergangenheit funktioniert hat. Einfach, weil das Anlegerverhalten ein anderes geworden ist. Das klingt jetzt aber gerade so, dass du sagst, dass alleine halt durch diese Menge an Nachfrage diese Argumentation auch schon wieder so ein kleines bisschen ausgehebelt ist. Ich merke aber, du willst jetzt auch nicht in die Glaskugel gucken und mir einen Bitcoin-Preis für dieses Jahr nennen, oder? Das Gute ist, nee, was heißt das Gute? Also vielleicht erst mal zu deinen Aussagen. Also wir haben schon, also es stimmt, wir haben die 100.000 Dollar, haben wir nicht erreicht. Rein nach dem Stock-to-Flow-Modell müssten wir im Moment irgendwie, glaube ich, so bei 85.000 oder 88.000 Dollar sein oder sowas. Da sind wir ein gutes Stück drunter. Aber 2018 zum Beispiel waren wir ein gutes Stück drüber. Ende 2017, Anfang 2018, nee, da kann sich, glaube ich, noch an den Hype erinnern. Da waren wir weit über dem Stock-to-Flow-Ratio beispielsweise. Und dann gab es auch Zeiten wie zum Beispiel 2016, 2015, wo wir ein gutes Stück drunter waren. Also meiner Meinung nach ist das Stock-to-Flow-Modell nicht gescheitert, weil wir kurzfristig drunter sehen. Wenn man langfristig sich das Chart anschaut, für die Zuhörerschaft kann ich da empfehlen, look into bitcoin.com und da auf den Stock-to-Flow-Ratio gehen, finde ich, sieht es immer noch sehr solide aus. Okay, Max. Das heißt, du bist weiterhin bullisch und dann würde ich sagen, vielen lieben Dank für deine Zeit und das Gespräch hat mir Spaß gemacht. Danke. Hat mir auch Spaß gemacht. Ich danke dir. Das war es dann auch schon wieder für diese Woche von BTC Echo Invest. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst uns gerne eine positive Bewertung auf Spotify, Apple Podcast und Coda. Schickt uns euer Feedback an podcast at btc-echo.de und habt einen guten Start in die Woche. Bis nächsten Montag. Bis nächsten Mal. Bis nächsten Mal. Bis nächsten Mal.